Willkommen zurück bei Paper Mario! Wir haben es geschafft, wir sind endlich da, wo wir hinwollten, nachdem ich ja anfänglich aufgrund der Gegebenheiten auf der Karte davon ausging, dass wir hier gar nicht hin müssen. Weil das sah mir so aus, als ob wir nicht von hier aus in die staubtrockene Wüste kommen, aber tun wir anscheinend doch. Ähm. Was bringt mir eigentlich dieses Wirbeln? Ich hab keine Ahnung, was mir das bringt. Nee, ich will... Achso. Ähm, nein. Ha! Bringt nix. Okay, dann halt nicht. Aber da oben, hier lässt sich doch was machen, ne? Komm, explodier! Auch nicht? Hm, doof. Da ist ein Wasserfall. Und hier ist so ein tolles Herz, aber das brauchen wir, glaube ich, gar nicht. Ah, nein, verflixt! Wo kann er nur sein? Hä? Was los? Ah! Mama mia! Oh, Verzeihung, Leute! Ich bitte vielmals um Verzeihung. Ich war auf der Suche nach etwas und habe nicht aufgepasst, wo ich hinfliege. Moment mal, bist du nicht Mario? Doch, du bist es! Du bist der Mario! Ich grüße dich! Mein Name ist der Parakari. Ich bin ein Briefträger. Ähm. Normalerweise bin ich die Zuverlässigkeit in Person. Aber momentan habe ich ein Problem wegen eines verlorenen Briefes. Ich muss ihn irgendwo auf dem Klippenberg verloren haben und jetzt... ... kann ich ihn nicht mehr finden. Solltet ihr hier irgendwo über einen Brief stolpern, sagt mir doch bitte Bescheid. Mein Job steht auf dem Spiel. Inzwischen werde ich hier weitersuchen. Äh, klar, wir sagen dir Bescheid. Ach komm, ist kostenlos. Hoffe ich. Hoffe ich, wirklich. Ähm. Geld. Ja. Och, Manu. Manu. Aber das ist doch mal cool. Eine Rutschbahn. Eine Rutschbahn. Ui. Münzen. Eine Münzrutschbahn. Hahaha. Mouhaha. Eine Rutschbahn, für die man Geld kriegt, wenn man sie rutscht. Ah. Stirb. So. Dem habe ich eins gegeben hier. Ähm. Sprung. Ups. Das war nicht früh genug. So. Okay, der ist hinüber. Au. Und hopp. Und hopp. Naja. Hat auch nicht gereicht. So, aber das hat gereicht. Da kriegen wir jetzt vier Erfahrungspunkte für. Also Sternpunkte. Wir kommen dem nächsten Level immer näher. Oh, Blütenpunkt, äh, Update, Upgrade, äh, Verbesserung. Hilfe. Ah. Die Viecher sind echt kackdreiß. Oh Gott. Das sind ja sehr viele. Ah. Oh, es hat gereicht. Sowas aber auch. So, und bam. Bäm. Ha. Oh Gott. Jawohl. Äh, ich mache das mal bei dem. So. Hä, hat das bei dem einen nicht gereicht, dass das zwei Sprünge waren? Bei dem einen waren es doch nur zwei, oder? Habe ich mich da verguckt. Habe ich mich da echt so gnadenlos verguckt. Au. Boah. Habe ich den Orden nicht angelegt, dass sich die Sprünge addieren? Eigentlich schon. Hm. Wahrscheinlich bin ich echt zu blöd für einfach nur. Ah, wie viel Geld da rauskommt. Was haben wir hier? Oh, was ist das? Schäfchen, okay. Passiert jetzt alle Gegner in tiefen Schlaf. Bäh. Sieht aus wie das Schäfchen oder beziehungsweise das Lamm aus Harvest Moon. Fällt mir gerade mal so auf. Was haben wir hier? Ähm. Oh. Hack. Au, schlag mich nicht. Habe ich aber. Wax Kick. Das Ding kickt wirklich. Stellt 25 KP und 25 BP wieder her. Drogen. Drogen. Speichern. So. Was haben wir hier? Ah. Gott. Wir werfen ja auch so schon mit Stein. Ich hab da irgendwie... Ach so, wegen dem Erstangriff vorhin. Ah, ich verstehe. 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 So, weg. Deswegen. Ach, ja. So. Und. Zack. Jetzt nur gegen zwei Steinwürfe verteidigen. Sehr erfolgreich. Gibt's doch nicht. Erstmal auf den da. Das kann doch nicht wahr sein. Bin ich so schlecht, oder was? Dass der Orden überhaupt nicht mehr funktioniert. Meine Güte. Jetzt... Oh Mann, das funktioniert auch nicht mehr. Was mach ich denn falsch? Das gibt's doch nicht. Ich muss jetzt erstmal gucken, ob ich die Orden wirklich aktiviert hab. Weil das geht ja so nicht. Hm. Au! Da kriegt man auf einmal... ...nen Stein an den Kopf. So. Ich will gucken, ob mein Orden geht. Hehehe. Manu. So. Aber der ist auf jeden Fall schon mal weg. Gott, Hilfe. Au. Aha. Irgendwie... Ich weiß nicht. Ich glaub, er geht nicht. Oder ich bin wirklich zu schlecht. Naja. Jetzt haben wir erstmal ein Level ab. So viel steht ja schon mal fest. Und jetzt erhöhe ich mal wieder meine Blütenpunkte. Oder soll ich lieber die Ordenpunkte erhöhen? Nja. Nja. Nihihi. Nihihi. Ach, wer weiß, was wir noch Tolles bekommen. So. Und jetzt möchte ich erstmal... Nee, ist angelegt. Sind sinnvoll investiert, wenn du das Action-Kommando perfekt beherrschst. Spring so oft du kannst auf einen Gegner. Ja, ist doch alles Paletti. Aua! Eieieieieiei. Oder gilt das nur für diesen Power-Sprung? Ich bin mir da nicht so sicher. Hm. Das wär echt mal ne gute Frage. Au. Ja, komm, du auch noch. So. Ich weiß nicht, krieg das nie ein zweites Mal hin. Oder es gilt wirklich nicht mehr dafür. Dann hab ich's aber echt vergessen. Mein Gedächtnis lässt ja schon nach. So mit 20 geht's mit dem Gemerken echt drastisch bergab mit dem Gedächtnis und so weiter. Also, Erinnerungsvermögen allgemein geht stark zurück. Aber dafür kann man halt nix, ne? So, weg. Das dauert jetzt ewig, bis wir die nächsten Devil abkriegen. Aha. Na toll. Ist auf der Rutsche irgendwas Geiles? Nee, ne? Hm. Da oben ist ein Hammer. Ich will den Hammer da haben. Wow. Wow. Geh weg. Aha. Daneber. Ah. Jetzt komm. Das kann doch nicht so schwer sein. Ich weiß echt nicht, wofür der Orden dann gut sein soll. Weil anscheinend bin ich echt zu schlecht, oder? Ich krieg's sogar die Abwehr hin, ja? Also, so schlecht kann ich dann wirklich nicht sein. Aber ich weiß auch nicht. Ich hab echt vergessen, wofür das dann gut sein soll. Na, so wie ich denke, dass es funktioniert, funktioniert's nicht. Eindeutig nicht. Oh, da kommt ja gar keiner aus der Wand geklettert. Hm. Ach ja, wie nehmen wir den da? Er. So. Was hast du erhalten? Brief. Ausgezeichnet. Brief an Merlon, Totown. Ich weiß nur nicht, wie wir da dran kommen sollen. Das wird uns zwar wahrscheinlich, aber... Ähm... Was ist denn mit ihm? Er kann ja nur was erzählen, ne? Ja. Äh... Dann nehm ich doch mal besser... ... ihn mit. Aber wenn ich schnelle Reaktionen beweise, dann... ... kann der mir vielleicht mal den Arsch retten. So. Ja, super. Ich wollte eigentlich den ersten Angriff anders vollziehen, aber... Hm. So. Oh, toll. Das bringt überhaupt nichts. Auch schön. Ähm... Panzerstoß. Okay. Ähm. Schön. Cool. Äh. Hä? Mitglied wechseln. Ich glaub, ich nehm mal... ... Bombett. Weil ich hab keine Ahnung, was ich sonst machen soll. Aber anscheinend... ... hilft's ja nur damit. Okay, gut. Ha! Doch noch was geschafft. Jawohl. So. Ähm. So. Eine Weggabelung. Gut. Dann gehen wir... ... erst mal unten rum. Würde ich sagen. Aber erst beim nächsten Mal. Also. Bis dann. Und...